Wie komm ich da hin? Ich weiß es nicht. Wir brauchen noch irgendwas Explosives für diese fette Kiste da. Da sind garantiert keine... Wobei... Ich hab nix gesagt. 25 Stück könnten da schon locker drin sein. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Oder womit können wir das überhaupt zerstören? Boah nee, das können wir nicht machen. Autsch. So... Gut, ich hab da so ne Vermutung, aber das wird... Das wird nicht klappen. Das wird einfach nicht klappen. Ich mach jetzt bestimmt wieder den größten Scheiß und verschwende einfach nur grad wieder wertvolle Zeit, aber... Probieren geht überstudieren. So, da ging's hier jetzt links rum. Nein, nein, ach verdammt! Ich hab so ne Vermutung nämlich, dass ich praktisch mit dieser Sprintfläche bis dahin kommen muss, dann rechts rumdrehen und dann darüber springen. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Das werden wir herausfinden. Und auch nicht, wenn ich's nicht packe. Ja, das ist wieder hier meine Experimentierfreudigkeit. Anstatt, dass ich mal woanders gucke... Nein, ich muss natürlich erstmal Schwieriges überhaupt probieren. Aber ich kann mich erinnern, dass es solche Sachen gab. Dass mir die überhaupt nicht gefallen haben. Okay. Ich...s war nicht...gut. Scheiße. Fuck. Ach ja, ach ja. Gleich haben wir Game Over. Das ist auch was Feines. Ich bin so dumm! Das war schon... Also der Ansatz war schon okay. Aber jetzt haben wir ja diese... zusätzliche Kraft und können jetzt damit das Ding kaputt machen. Und haben jetzt alles. Und sind so gut wie tot. Nein, doch nicht. Stirb. Ich hab Angst. Aber jetzt haben wir ja auch schon alle Drachen und so. Ja, optimal. Das ging also relativ fix. Und dieses eine Level hat mir jetzt zwei... Ne, drei Prozent gebracht. Das ist schon gut. Ich hab noch ein paar Gegner auf dem Weg killen, weil ich will jetzt zuerst diesen Night Flight machen. Nein, Crystal Flight. Das meinte ich. Night Flight war das erste Level, genau. Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh genau, 3.000 Stück. Sehr gut. Okay, was müssen wir denn hier Schönes machen? 25 Sekunden, wie immer. Okay, erst hier Ringe. Kein Problem. In Anführungsstrichen. Kein Problem. jetzt die bösen was ach so ich habe das werden die musik kaputt machen musste ja beim ersten mal muss seine werden kennenlernen also beim ersten mal welches was glaube ich niemals schaffen alles zu holen wollte ich gar keine sorgen zu machen nein 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 flieg hoch sagt komm ich habe jetzt sowieso schon mal verloren aber trotzdem mal gucken wie es hier so weitergeht ok die dinge da oben muss ich auf jeden fall kaputt machen die flugzeuge blöd ist natürlich dass sie fliegen als sich bewegen und kisten gut und weiter geht es ein versuch 1 2 3 4 5 6 7 8 die die das 3 4 weiter kann ich nicht ich hatte nie sparen ich habe es wahrscheinlich auch komplett falsch ausgesprochen alles so die kiste nicht noch mit gott nicht so schnell es bei wo das ist nicht gut was hier machst das ist nicht gut okay nein kommt fliegt weiter wir müssen noch die ganzen flugzeuge kaputt machen sich jetzt in der zeit schaffen sollte sich zuletzt holen weiß es nicht ich habe ja die hat ich dann auch in einer anderen reihenfolge da das stimmt ja kein einziges flugzeug geholt geil geil das heißt erstmal ringe bögen flugzeuge kisten das gute ist dass die kiste wirklich auch alle rechten abeinander standen ist zwar für die manövrierfähigkeit schwierig aber wenn man gut ist braucht man auf keinen fall viel zeit dafür wenn man gut ist ja soll ich halt gerade schon mal ausschauen auf flugzeugen aber irgendwie sehe ich gerade noch keine die kiste so und sind jetzt hier unten ach da hinten sind sie alle ok stirb 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 ok und stirb ja uah ok es ist noch alles in butter es ist noch alles in butter alles in butter oder und der letzte rosa ok das ist eigentlich bisher ganz in ordnung alles hier so ich meine ich habe eine kiste übersehen am anfang direkt oder ich habe auf jeden fall noch ein bisschen zeit nein doch ok ok das war immer mehr als gediegen wow ich bin beeindruckt von mir selbst zwölf sekunden über wow geil ach ja das ist jetzt fühle ich mich gut echt wow nein 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 stop stop mit dem level nix mehr am hut sei ich bescheuert nein nicht neu versuch danke sehr schön ich bin echt zufrieden ich bin echt zufrieden gerade gut dann ähm was machen wir jetzt hoho nein ich möchte nicht speichern nein so stirb und stirb ok war hier nicht auch noch irgendwo so ein level wie viele Bilder willst du eigentlich von uns haben hier der typ da hinten der ballonfahrer stirb ja ja wir haben ein neues leben sehr gut so was willst du jetzt von uns Tuko der ballonfahrer dankes bau dass du so viele unserer eier gerettet hast komm an bord und flieg mit mir in die welt der beast masters nö bleib hier ok der wollte eier von uns haben der alte bauer blowhard ne das hört sich nach dem endgegner an oder nein ein bisschen total banane so war hier noch ne welt ich äh level ich 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 nicht ah ja ok wizard's peak ne wizard's peak das was ich befürchtet hab also das wo ich denke dass es doof ist mal abwarten 3.300 stück 3.300 stück mal gucken hab ich da links schon direkt etwas gesehen ah krasse 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 ich werde bestimmt einfach mal irgendwo ein edelsteigen komplett übersehen oder so dann denke ich jetzt hier gibt es denn hier auch 500 stück ja da geht es ja noch zwei eier drei ok weil die drei geringste problem wirklich aber die eier und vom jetzt hier so die eier bin das alles so eng ist und schmal und okay da kommen wir garantiert nicht rüber also nicht ohne weiteres ich versuche gerade eben eine systematik aufzubauen wie ich das level am besten löse aber irgendwie finde ich da hat nichts nein 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 ich wollte da hoch verdammt gut hier haben wir glaube ich begonnen so hier in der gegend oder ich weiß es nicht komm wir gehen einfach mal weiter und guck mal was uns am ende noch fehlen dann laufen wir halt noch mal 20 jahre lang dumm durchs level und und dann im endeffekt alles will ich nicht hier und da und verkacken ja 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 jetzt gelandet 500 er ist so gott verdammt viel es ist einfach viel zu viel vermeiden das war jetzt aber viel zu spät gesehen dass da wasser ist auch so dass hallo soll das so dicker ich will nicht verbrennen so aber wir haben schon fast ein zentel der edelstein die es hier gibt warum trifft mich denn hier alles das ist ja zum kotzen echt immer irgendwie so ein sniper rauspacken oder einfach weiß ich nicht gnadenlose headshots verpassen okay er ist tot nein ich bin tot nein 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 ich hasse dieses level das ist doof pack mal den schnee hier weg der soll noch mal runter kommen ich krieg den noch ich krieg den noch wo kommen wir jetzt über die ganzen waren die gerade schon da ich weiß es nicht komm mal runter das finde ich auch ziemlich unfair dass diese grünen wichser einfach längere reichweite haben als ich das ist nicht nett weil natürlich auch nicht die wichser zu nehmen aber ich habe meine gegner geht das auch noch wasser soll ich auch erst im letzten moment gesehen geht er sagt warum ich hasse wenn das ist oder sowas keine ahnung was es ist wie ich ich bin ich ja ich zu blöd zum kacken ihr verdammte scheiße mein gott ich kann gesagt so recht zufrieden ja gut ok meine mutter die die so gerade staub also falls sie jetzt gerade so nie hört dann ist ja bescheid was es ist aber wir können es mal drachen retten und zwar jarvis willkommen in wizard peaks hier kannst du den super sprint besonders gut einsetzen um diese zauberer fertig zu machen super sprang schon wieder kürzweißen tod und ein leben auch das kann ich gut gebrauchen ja sehr gut bevor sie mir hier abbauen können das ist schon mal kaputt das ist kaputt nochmal zehn okay wenn es die ganze zeit so zehn ist es ist ja kein problem aber aber wenn ich ich gehe ich gehe ich gehe mit dem super sprint zurück vielleicht beim anfang war der auch noch so lustige blaue magier okay wie schon zu ende okay das wird relativiert dadurch dass es bergauf geht wahrscheinlich ja gehen noch zwei aha was hab ich denn da gesehen stirb und der letzte bist du wie beim stierkampf jetzt müssen wir hier springen ja okay müssen wir nicht warum nicht verdammt kommen wir da irgendwie anders hin ich weiß es nicht ach verdammt das muss doch irgendwie funktionieren oder okay hat leider nicht so aber ich glaube der weg war der richtige der lösungsansatz nur die umsetzung war scheiße komm ich nehme vor ich muss mir ein leben hergeben jetzt bin ich gleich game over jetzt bin ich gleich game over so okay ja okay 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 nein 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 oh ich muss das jetzt schaffen verdammt ich habe nur ein Leben okay jetzt kann ich vielleicht noch ausschlagen wenn ich hier wirklich alles töte was hier noch befindet aber ach verdammte kacke okay okay das staubsauger hat aufgehört das ist schön achso okay die kiste kann ich jetzt aber auf jeden Fall schon mal zerstören muss ich das falsch game overg hoffentlich nicht mehr machen ich brauche auf jeden Fall immer so einen speicherpunkt oder so ich weiß immer noch nicht ob ne ah 25 Stück das ist gut ok dann gehts da nochmal weiter und da gehts auch noch weiter und das ist doch alles kacke und hier ist ein speicherpunkt oh sehr gut wenn ich mal zwischenspeichern weil ich nicht weiß wie es ist wenn man game over ist danke dass du mich befreit hast genau kurz und schmerzlos Nummer 37 ah schon 37 Drache ey meine Fresse erst mal bla 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 spiel speichern speichert spiel gespeichert ja sehr gut äh wo wollten wir da wollten wir lange äh ja 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 ja